Ja, jetzt kann es endlich losgehen. Von hier werde ich die nächsten 13 Monate arbeiten und berichten. Ich freue mich, bin aufgeregt und hoffe, dass es eine richtig coole Zeit wird. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, wirklich richtig anfangen zu arbeiten. Das ist übrigens der Livestream, mit dem ich den Orangen beim Wachsen zugucken kann. Wenn euch noch irgendwas einfällt, womit ich meinen Arbeitsplatz noch gemütlicher machen kann, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Wir sehen uns.